Wir gehen raus, du natürlich nervös. Läufst da, alles schade. War das dein Teammate? Ja, wir waren ein Team, genau. Jeder hat einen Profi mit dabei. War das auf ProSieben oder was? Jaja, jeder hat einen Profi mit dabei. Und dann stehst du an dieser Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Alles Licht, Moderation, Microphone. Gut Junge, Bomb Junge! Und denk mir, what the fuck? Du stehst da und dann hast du diese Dutch Channel mit dieser Gauselmann-Spielotheken-Sonne. Alles ist auf einmal anders. So, du denkst dir, hä? Du bist voll aufgeregt. Ich war selbst bei diesem Twitch-Stream, weil ich totes aufgeregt. Und wenn es dann Fernsehen ist, crazy. Und dann wirfst du den ersten Verhör, als ob du es nicht mehr kannst. Der Arm fühlt sich so komisch an. Wie nochmal? Kannst du nochmal zeigen? Du weißt genau, was ich meine. Auf einmal machst du das komisch an. Kurze Zwischenfrage. Kann es sein, dass ich gerade einen Cowboy-Hut auf hatte? Wieso, ist das hier TikTok? Ist das hier so eine Scheiße mit TikTok? Oh, danke für die Universum, die reinkamen. Nee, nee, aber Robin macht bei mir so die... Macht so ab und zu so Technik und wir haben so Over... Ja, Overlays. Macht so Overlays und dann kann er so alles Mögliche ändern. Zum Beispiel diesen Hut. Aber der steht hier. Ich finde, du solltest öfter eine Hütte tragen. Ja, aber ist der mit TeamViewer drauf oder was? Nee, nee, das ist so ein Browser-Ding. Ja, der reckt sich einfach rein für irgendein Zuschauer. Keine Ahnung. Der hat mich vor meinem Jahr geheckt, keine Ahnung.